so der marten der ist auch wieder da da flitzt er und wir haben gerade wir waren einmal kurz gucken ob wir irgendwie tierspawn finden und haben wir hier noch eine schöne militärkiste gefunden wieder 150 stauern mehr geiler scheiß gleich kotlok nehmen wo gibt es den holzring gesteckt ich habe dafür doch richtig riesig nicht wohl hat einer besuch ja kleine fotze ich glaube schwer schacht ja ist weg der besuch ist weg brennst du guten schlafwürzen energy ja der kann ja auch das ding zweck nehmen die müdigkeit da kein bock drauf da trägt lieber kaffee der haut mich nicht aus der latschen ok hier wollen die jäger rucksack behalten schmeiß ich in feuer rein oder ja ja hau weg wenn sie reinpasst der passt gar nicht rein in feuer hier liegen hier auf dem couch weg ist er weg naja ja ich habe auch nur noch sechs federn ne 20 hier unten habe ich noch im armbüro für feile da sind auch noch mal 17 ne ne die passt noch nennst du nennst nennst du Meine Weste auch schon wieder beschädigt, alter die Klamotten gehen aber auch runter hier, ne? Ja. Siehst du die dicke Weste, die Plattenweste noch da? Ja. Wohin, ich brauche eine Hose ruiniert, ne? Taschenchristlaugig für 5000 oder so. Also wenn da ein Artefakt drin ist, kannst du Taschen kaufen. Und du blieb ich mich gerade über die Sturmweste, die beschädigt ist, aber hier oder nicht, weißt? Ja, würde ich machen, die hat erstmal Stauraum. Oh, stimmt auch, ja. Klebeband, hatte ich auch noch ein bisschen was, ne? Ja, ein bisschen was. Nee, kannst nicht kombinieren, Klebeband und Weste. Nee, musst mit Leder machen. Und dafür brauchst du ein Leder in die Cent. Na, da haben wir Zwangs und Bulls. So, ich habe auch wieder ein Plus. Wir können gerne weiter. Oh, was machst du? Auf. So. So. Okay, das können wir von mir aus. Ich pack mal näher, wir müssen Gewitter erstmal abwarten. Packen Rucksack rein. Feuerwerk. Ja, weiß ich nicht, was wir damit machen. Können wir leider nicht aufheben, ey. Wieso nicht? Wohin damit? Wohin damit? Ich habe keine Ahnung. Eine Pfanne geht da nicht rein. Da könnte vielleicht eins rein passen. Da könnte vielleicht eins rein passen. Ich habe einen Inventar, Menschitzka. Okay. Okay. so. Feuer ist aus. Hier ist ja das Wasser los. Auf los wie es los wird. Ja dann. Hier ist ein T-Spot, aber es regnet ja immer noch. Gewitter abwarten, eigentlich wollen ein Gewitter abwarten. Hey. Ja, ich hole aber Feuerholz. So, du kannst nicht hierbleiben, oder? Ja erstmal, wir können das Feuer nochmal anmachen. Ah, guck. Geht schon los, ja. Machen wir Feuer an. Ich hab schon Holz reingepackt. Okay. Papier nur noch rein und dann ab geht er, Peter. Oder Rinde, Rinde ist hier. Wie teilt man die eigentlich? Rechte Maustaste. Rechte Maustaste. Musst du in die Hand nehmen und rechte Maustaste drücken. Ja, alles klar. Hast du drin? Lieg's ja schon. Ja, anders ist es noch nicht. Alles klar. Jetzt schlummbumst du mit Nackenschelle. Ja. Da ist er umgekippt. Und wieder da. Jupp. Ready? Hier. So, Fälle hergestellt irgendwie oder so? Was? Wir wollen pro Monik, oder? Was hergestellt? Fälle. Nein, das müssen wir unterwegs machen. Unterwegs machen? Ja. So, jetzt, ja? Hier, komm, wir machen Schwerfeile noch. Noch brennt ja Feuer. Sammel hier ruhig die Stöcker ein. Fällt die drei kleinen Bäume. Warte, ich mach. Du kannst ja kurze Stöcker schon mal machen. Ein Stöcker geben hier. Ich geh Feuerholz reinbringen. Die Scheite. Noch mehr. Da lagen noch Stöcker einer hinten. Ja? Wo? Ja, an dem einen Baum, den letzten, den ich gefällt habe. So, dann hol ich. Schaut hier auch gleich reinpacken, ne? Ist schon da. Na gut. Oh, naja. Hier ne. Ach so, hast du jetzt genommen. Ja, cool. Noch welche? Ja. Mach schon mal kleine. Du kannst ja schon mal Bolzen herstellen. Da können wir erstmal gleich wieder ein bisschen Vorrat machen. Wenn die Zombies mich hauen und die Federn da durch im Arsch gehen, bringt ja auch nichts. Ach so, das geht auch, ja? Ja, klar. Ja, klar. Da hat mir jetzt hergestellt ne Kochstelle. Alter, Alter, scheiße, Bolzen, Junge. Kann ich die da irgendwie auseinandernehmen? Keine Ahnung, Einzelteile rausmachen? Zerlegen, ja. Da sind wir auf Stofffetzen so draufgegangen. Ja, was ist das so, was? Was ist ja noch nicht? Da ist noch Stöckers. Ich mach nochmal 5. So viel Pfeile ey. Nimm dir ruhig noch. Hier liegen noch 2 Stacks. Einen hab ich gerade eingesteckt. Du schiebst ja eben her wie ich. Steck mal hau ich bisschen her glaube ich. Ich hab jetzt 15 und ich denke mal das sollte hoffentlich erstmal ein bisschen reichen. Mein Hammer ist beschädigt. Wir würden ja noch ein bisschen was aushalten. Der Watt Hammer? Ja. Mein Vorschlaghammer. So. Na dann ziehen wir das Ding mal an. Da müssen wir wohl. Weil mitten im Kreis nicht. Na los. Wäre bei Nacht natürlich schöner. Aber komm. Wenn wir draußen mal Wiese machen können wir mal gucken. Oder hier. Ach hier hoch damit. Ach Tommy. Ach der Kriecher. Der hat den Pfeil noch im Rücken. Das ist der Kriecher alter. Hau ab. Ach der ist selber noch. Komm ich nimm. Wir laufen weg. Ich nimm's in die Hand. Wir laufen weg. Komm. 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 Richtung ja. Ja. Raus aus dem Dorf. Und dann gucken ob er Tiere finden. Hier links. Junge. Auf dem Acker sind welche. Pass auf. Ich bin auf dem Acker. Wenn ihr zu mir kommt. Ja. Sehe ich. Sehe ichs. Warte. 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 Guck mal hier kurz rein. Ich guck ob hier was drin ist. Ne. Wird vielleicht auch besser auf Wetter warten. Aber. Das war langweilig. Ach. Zischt alter. Haha. Soll er zurück gehen. Warten. Ja. Weiter weg sieht das schöner aus. Komm gleich einer schon. Ja lass abhauen. Schade aus der entfernung sind wir das Feuerwerk schon nicht mehr. Ne. Doch nix. Aber wir haben ja noch eins. So hier links. Da haben wir die Wildschweine gehabt. Jetzt siehst du ja nichts bei ihm weiter so schön ne. Leider nicht. Aber hier links rum sind auch noch überall tier spawnpunkte. Vielleicht haben wir Glück. Ja. 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 Wir haben das alles noch. Hier brennt noch. Hier brennt noch. Vier Stöcker drin. Der den Müll hier durchsucht hat? Ich glaube ja. Ich finde hier keinen Searchpunkt. Ich finde eh nicht so schnell ein. Ja kacke Wurst, alter. Aber das ist Nachtwurst. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, what the hell is that? Ich weiß nicht, ob wir da vorne reinkochen, Blutschänder in den Dings. Ja, Gummislacks, toll. Oh, ein Glock 17 Magazin für meine Pistole. Ja, da haben wir auch einer für, oder zwei. Glock 17, hast du gefunden gehabt, oder was? Nee, die 18 war das, ne? Ich hab da Glock 17, komplett mit Schally und allem. Nee, geht's nicht weiter. Ich glaub, das war hier hinten irgendwo langsam auch die Ecke, wo der Body geballert hat auf dich, ne? Was? War er hier rum? Wir haben doch da hinten zu kommen. Der Zaun liegt so rechts, wo sind wir oben? Ich hab mir grad gar nicht gehört. Ja, wo lässt du? Ach so, ja stimmt, steht er da. Die Zaun, ja doch, kommen mir auch bekannt vor. Hier sollte man sich so doll aufhalten. Wo sind eigentlich die Dings? Ist das auch so ein Zaun? Weil er auf dem Acker loben hier, wa? Mit den Zaun. Die auf dem Acker sind auch wieder so... Naja, das soll ja so sein, extra. Aber hier irgendwo auf dem Acker sind auch Tierspawne-Punkte, also guck dich ruhig um. Das ist ja so schön. Das ist ja so schön. Das ist ja so schön. Ich würd sagen, da hinten können, wo die einen Schwein erlegt haben. Da müssen wir da wissen eigentlich noch. Müssen eigentlich noch zwei sein, wenn ich das... Aber das war doch schon Server-Restart, Marten. So, sind die auch woanders oder was? Ja, die spawnen halt immer mal. Wenn einer einen aufschneidet, spawnen woanders wieder was. Wir haben keine andere Chance, wir müssen hier ein bisschen mal laufen. Der Sturm ist jetzt natürlich richtig doof, aber der geht auch wieder weg. Jetzt könnt ihr mal nach Nemsk laufen. Laufen wir nach Nemsk? Weiß ich nicht. Da kommt doch mal. Wir laufen bis Nemsk überhaupt. Genau, wo Nemsk ist. Rechts von Jalovisco. Ja, auf der Web rechts davon. Ja, auf der Web rechts davon. An der Küste. Okay. Ich kenn hier auf der Karte nichts, ne? Nimm's. Ne, wir müssen wir genau in die andere Richtung. Was heißt genau in die andere Richtung? Ja, das war in die andere Richtung. So, muss zurück. Ich weiß gar nicht, ob du eine Säge finden kannst. Wir haben schon so viel gelootet und nichts. Muss man die so mal herstellen vielleicht. Muss man das vielleicht sogar so machen. Zange oder so hast du auch nicht gefunden. Ja, aber eine improvisierte Zange gibt es nicht. Ja, gucken ob jemand drin ist. Um zu sehen, ne? Du, du, du mal da denken, geh dahinten rein. Nächstes. Sehr geil. Kann man brauchen. Wolle Handschuhe zweimal, warum aber nicht. Bei dir was? Ich glaube den Wind ist gar nichts. Doch, doch. Geh hoch, kannst du auch mal gucken. Ja. Da langer Seite hoch war ich jetzt schon. Hier oben sind Dings Schrotze Schuss. Ist doch nicht so schlecht. Hier die Straße weiter oder was? Warte mal. Ja. Weil ein, zwei Häuser waren, da glaub ich auch noch. Und gucken, können wir ja alle Male. Oh, wenn du eine Brechstange findest, könnte man eigentlich auch eine Siege finden und sowas alles. Spitzhack hab ich gefunden. Oh! Was war das? Was war das eben? Ja, da darfst du nicht rüberlaufen mit dem Eck rüber hier ran, ne? Ja, da ist eine Anomalie, Alter. Hab ich mich erschrocken, ey. Hier könnte was runter gehen. Runde drum liegen. Nichts aber nicht. Hab ich mich erschrocken, ey. Bist aber nicht mehr. Ganz Bist aber nicht. Jorge, isser mich ainda so. So. Bis zum nächsten Mal.